Musik Komm doch mal rein! Pssst, da ist das Lärmste noch. Hallo und herzlich willkommen. Als katholische Schule sind wir auf der Suche nach Eltern und Familien, die unsere Erziehungsziele und Werte mittragen möchten. Wir möchten eine Schule sein, an der sich alle Kinder wohlfühlen können. Komm, ich zeige dir unsere Klassik. Wir sind... Zeichnung, Sie sind die Klassik. Woh! 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 J'adore les Crêpes. Das ist unsere Sporthalle. Hallo, ich bin die Frau Dörfler. Ich arbeite hier an der St. Maximinschule als Schulsozialarbeiterin. Ihr könnt gerne zu mir kommen, wenn ihr Probleme habt oder Sorgen habt. Und eure Eltern können natürlich auch gerne zu mir kommen. Hallo, wir sind nicht 30 aus der Klasse in Stufe 9. Wenn ihr Konflikte habt, könnt ihr immer zu uns kommen. Wir helfen euch gerne. Bis zum nächsten Mal.